Ja, grüß euch. Ich rede Tirolerisch, so wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ich bin hier bei Go4Diamond gelandet als Tierkommunikatorin. Und ich lerne jetzt die Sprache, Step by Step, um im Network was auf die Beine zu bringen, damit ich diesen hier, Kieren helfen kann. Das ist meine Vision. Okay. Also Go4Diamond, Schritt für Schritt. Mehr ist es nicht.